Linkslauf ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit dem Elektromotor. Die sogenannte Drehrichtung eines Motors gibt Aufschluss darüber, in welche Richtung ein Motor sich dreht. Man unterscheidet hierbei zwischen Rechtslauf und Linkslauf. Hierzu schaut man sich den Motor auf der Antriebseite an, also die Seite bei einem Motor, bei welcher dann beispielsweise eine Arbeitsmaschine angeschlossen wird, sprich fachlich ausgedrückt die Seite, die das Wellenende aufweist. Hier der ausgefüllte graue Kreis ist die Welle von vorne, also quasi die Eisenstange, die vom Motor angetrieben wird, von vorne gesehen. Und hier gibt es wie gesagt Drehrichtungen. Bei einem Motor für Rechtslauf dreht sich die Welle nach rechts, also im Uhrzeigersinn. Bei einem Motor für Linkslauf dreht sich die Welle nach links, also gegen den Uhrzeigersinn. Vorsicht ist dann geboten, wenn auf einer Arbeitsmaschine, welche man an einen Motor anschließen will, die Drehrichtung angegeben ist. Denn diese Drehrichtung ist für das Wellenende angegeben. Und das heißt, es ist genau andersherum. Das heißt, für eine Linkslauf-Arbeitsmaschine benötigt man einen Rechtslauf-Motor. Und für eine Rechtslauf-Arbeitsmaschine benötigt man einen Linkslauf-Motor. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.